Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema beste Innenraumüberwachungskameras. Die Sicherheit unserer Häuser und Arbeitsplätze ist von großer Bedeutung. In diesem Video werde ich euch die besten Optionen vorstellen, basierend auf umfangreichen Recherchen und Tests. Lasst uns mit einer umfassenden und objektiven Bewertung beginnen. Diese Kameras bieten zahlreiche Funktionen wie hochauflösende Videoaufnahmen, Bewegungserkennung und Nachtsicht. Ich werde die Vor- und Nachteile jeder Kamera aufzeigen, um euch bei einer fundierten Entscheidung zu unterstützen. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Euer Feedback ist mir wichtig, also liked das Video und hinterlasst einen Kommentar. Sicherheit geht uns alle an und ich helfe euch gerne dabei, die richtige Überwachungskamera auszuwählen. Lasst uns gemeinsam in dieses spannende Thema eintauchen und die besten Optionen für den Innenraum erkunden. Danke für eure Unterstützung und los geht's! Die TP-Link Tapo C200 ist eine leistungsstarke Überwachungskamera für den Innenbereich. Mit Full-HD-Auflösung von 1080p liefert sie gestochen Schad für Bilder. Die 360-Grad-Schwenkfunktion ermöglicht eine umfassende Raumüberwachung. Die Nachtsichtfunktion gewährleistet klare Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen, was die Sicherheit von Babys und Haustieren während des Schlafens gewährleistet. Die TP-Link Tapo C200 verfügt über eine Bewegungserkennungsfunktion, die Benachrichtigungen bei erkannten Bewegungen an das verbundene Smartphone sendet. Das Zwei-Wege-Audio ermöglicht das Hören und Sprechen über die Kamera, was die Kommunikation mit Familienmitgliedern oder das Beruhigen von Haustieren ermöglicht, selbst wenn man nicht zu Hause ist. Negativ zu erwähnen ist, dass die Kamera keine kontinuierliche Aufzeichnung bietet und auf eine SD-Karte oder Cloud-Speicher angewiesen ist. Die Einrichtung der Kamera könnte für einige Benutzer etwas kompliziert sein, insbesondere bei der Integration mit Alexa oder Google Assistant. Die Blink Mini ist eine kompakte Plug-in-Überwachungskamera für den Innenbereich. Mit 1080p HD-Videoauflösung liefert sie gestochen scharfe Bilder, während die Nachtsichtfunktion klare Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht. So könnt ihr den Raum rund um die Uhr überwachen und eure Sicherheit gewährleisten. Die Blink Mini verfügt über eine Bewegungserkennungsfunktion, die Smartphone-Benachrichtigungen bei erkannten Bewegungen sendet. Die Einrichtung ist einfach. Steckt die Kamera in eine Steckdose, ladet die Blink Home Monitor App herunter und folgt den Anweisungen. Keine komplizierte Installation oder Verkabelung erforderlich. Die Kamera verfügt über zwei Wege Audio, um zu hören und mit Personen im Raum zu sprechen. Ein möglicher Nachteil ist, dass die Kamera keine kontinuierliche Aufzeichnung bietet, sondern nur bei Bewegung aktiviert wird. Außerdem ist sie für den Innenbereich konzipiert und nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Die Little Elf ist speziell für die Überwachung von Babys, Haustieren und Räumen entwickelt. Sie bietet hochauflösende 1080p Videoqualität und Nachtsichtfunktion für klare Aufnahmen bei Tag und Nacht. Die Bewegungserkennungsfunktion der Little Elf sendet Smartphone-Benachrichtigungen bei erkannten Bewegungen. Das zwei Wege Audio ermöglicht euch, mit Babys, Haustieren oder Personen im Raum zu kommunizieren, selbst wenn ihr nicht anwesend seid. Die 360-Grad-Überwachung der Kamera gewährleistet einen umfassenden Raumüberblick. Die Integration mit der App ermöglicht eine bequeme Fernüberwachung und Steuerung der Kamera von überall aus. Ein möglicher negativer Punkt ist, dass die Einrichtung der Kamera Zeit und Geduld erfordern kann. Einige Nutzer könnten Schwierigkeiten haben, die Kamera mit der App zu verbinden oder bestimmte Funktionen einzurichten. Die Ring Indoor ist eine hochwertige Überwachungskamera für den Innenbereich mit beeindruckenden Funktionen. Die HD-Videoqualität liefert gestochen scharfe Bilder für ein klares Bild eures überwachten Raums. Die Gegensprechfunktion ermöglicht es euch, über die Kamera mit Personen im Raum zu kommunizieren. So könnt ihr Haustiere beruhigen, mit Familienmitgliedern sprechen oder unerwünschte Besucher abschrecken, selbst wenn ihr nicht zu Hause seid. Die Nachtsichtfunktion ermöglicht klare Aufnahmen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Ihr könnt den Raum rund um die Uhr bewachen und habt immer einen zuverlässigen Überblick über das Geschehen. Die Ring Indoor lässt sich einfach mit eurem WLAN verbinden und über die Ring App von eurem Smartphone aus steuern. Ihr könnt Live-Video-Feeds anzeigen, Benachrichtigungen erhalten und die Einstellungen anpassen, um eure Überwachungserfahrung zu optimieren. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Integration mit Alexa. Ihr könnt die Kamera per Sprachbefehl steuern und Video-Feeds auf eurem Echo-Show oder Fire-TV anzeigen. Ein möglicher negativer Punkt ist, dass sie ein Abonnement für erweiterte Funktionen erfordert, wie die Speicherung von Videoaufnahmen und den Zugriff auf vergangene Aufzeichnungen. Ohne das Abonnement sind einige Funktionen eingeschränkt. Die TP-Link TAPO C210 ist eine hochwertige Überwachungskamera mit Linsenschwenkung und Neigung, die flexibel einstellbar ist, um den gewünschten Bereich zu überwachen. Die Kamera bietet eine beeindruckende 3MP-Auflösung für klare und detaillierte Bilder, um den Raum zu überwachen und eure Liebsten im Blick zu behalten. Die TAPO C210 verfügt über zwei Wege Audio, um mit Personen im Raum zu sprechen oder mit euren Lieben zu kommunizieren, egal wo ihr seid. Die Nachtsichtfunktion der Kamera ermöglicht klare Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen mit einer Reichweite von bis zu 9 Metern. So habt ihr auch im Dunkeln einen zuverlässigen Überblick über den Raum. Ein positiver Aspekt ist die Möglichkeit, bis zu 256 GB lokalen Speicher zu nutzen. Ihr könnt Videos direkt auf einer Micro-SD-Karte speichern und so auf vergangene Aufnahmen zugreifen. Ein möglicher negativer Punkt ist die etwas längere Einrichtungszeit der Kamera. Einige Nutzer könnten Schwierigkeiten haben, die Kamera mit dem WLAN zu verbinden oder die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Die AoboCam Q18 ist eine kompakte und leistungsstarke Überwachungskamera mit 4K HD-Auflösung. Sie bietet gestochen scharfe Bilder und erfasst jedes Detail. Die Live-Übertragungsfunktion der AoboCam Q18 ermöglicht es euch, das Live-Video direkt auf eurem Handy anzusehen. So könnt ihr den überwachten Bereich jederzeit im Blick behalten. Die Minikamera verfügt über einen eingebauten Akku für kabellose Nutzung. Ihr könnt sie flexibel an verschiedenen Orten platzieren, ohne auf eine Steckdose angewiesen zu sein. Die Kamera hat eine Bewegungsmelderfunktion, die Benachrichtigungen auf euer Smartphone sendet, wenn Bewegungen erkannt werden. So könnt ihr schnell reagieren und Maßnahmen ergreifen. Die Nachtsichtfunktion ermöglicht klare Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Ihr habt einen zuverlässigen Überblick über das Geschehen, selbst im Dunkeln. Ein positiver Aspekt ist die kompakte Größe der Kamera, die diskretes Platzieren ermöglicht. Ideal als Babyphone, Haustierkamera oder zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in eurem Zuhause. Ein möglicher negativer Punkt ist die App, die einige Einschränkungen in Bezug auf Benutzeroberfläche und Stabilität haben könnte. Schwierigkeiten bei der Verbindung der Kamera mit der App oder der Einrichtung bestimmter Funktionen können auftreten. Die TP-Link TAPU C100 ist eine benutzerfreundliche Überwachungskamera für den Innenbereich. Mit ihrer 1080p-Auflösung liefert sie klare und scharfe Bilder für eine hochwertige Raumüberwachung. Die Kamera verfügt über zwei Wege Audio, um mit Personen im Raum zu kommunizieren. Ihr könnt mit eurem Lieben sprechen, Haustiere beruhigen oder unerwünschte Besucher abschrecken, auch wenn ihr nicht zu Hause seid. Die Nachtsichtfunktion der Kamera ermöglicht klare Aufnahmen bei schlechten Lichtbehältnissen. Mit einer Reichweite von bis zu 9 Metern erhaltet ihr auch im Dunkeln einen zuverlässigen Überblick über den Raum. Die TAPU C100 unterstützt bis zu 128 GB lokalen Speicher auf einer SD-Karte. Dadurch könnt ihr Videoaufnahmen direkt aufzeichnen und auf langen Aufnahmen zugreifen, um wichtige Ereignisse zu überwachen und Beweismaterial zur Verfügung zu haben. Ein positiver Aspekt ist ihre Kompatibilität mit Amazon Alexa. Ihr könnt die Kamera per Sprachbefehl steuern und Video-Feeds auf euren Echo Show oder Fire TV anzeigen. Ein möglicher negativer Punkt ist, dass die Einrichtung möglicherweise etwas Zeit und Geduld erfordert. Einige Nutzer könnten Schwierigkeiten haben, die Kamera mit dem WLAN zu verbinden oder die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Abschließend gibt es heute eine Vielzahl von Überwachungskameras für den Innenbereich, die eine sichere Umgebung in eurem Zuhause oder Büro gewährleisten können. In diesem Video habe ich einige der besten Optionen vorgestellt. Egal ob hochauflösend, kompakt oder mit erweiterten Funktionen, es gibt für jeden Bedarf eine passende Lösung. Beachtet eure individuellen Anforderungen, bevor ihr eine Entscheidung trefft. Abonniert meinen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und weitere informative Videos zu erhalten. Gebt gerne Feedback in Form von Likes und Kommentaren. Eine hochwertige Überwachungskamera bietet Ihnen Sicherheit und Schutz für Ihr Eigentum. Wählt die passende Kamera für eure Bedürfnisse und startet noch heute mit der Überwachung, um ein ruhiges Gefühl zu haben. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Suche nach der idealen Innenraum-Überwachungskamera helfen. Bleibt sicher und bis zum nächsten Mal dann!